So, noch ein paar Sätze dazu, warum du nach Wittenfeld gekommen bist. Aber erst muss man ihn mal loben. Er ist jetzt ein halbes Jahr in Deutschland und höre mal sein Deutsch an. Ich war in Wittenfeld das erste Mal letzte Woche und alles sah gut aus. Ich denke, das Team ist gut und es gibt eine gute Stimmung für den Handball. In der alten Halle, ich habe gehört, dass es immer alles ein bisschen verrückt ist. Wie viele Einwohner hat eine Heimatstadt gemacht? 7.000. 17.000. Das ist in der Weltstadt-Kirche. Vor allem, stehst du mir in der Mitte zwischen den Zehenspitzen? Die Zehenspitzen? Nein, nein, mach ich halt. Okay, ich stehe schon auf Zehenspitzen. Ja, ich bin nicht.